Hey, die heilen sich mal! Hm... Gar keine Munition? Ach, da oben ist noch mal! Aber auch keine Muni. Nehmen wir die Pumpe. Nehmen wir die Pumpe. Äh, hallo? Nick heiße ich. Wir sind vier am... am Westende der Brücke. Sind nicht infiziert. Könnte man sagen. Besteht nicht, Abaneter. Der einzige Abrufpunkt ist am anderen Ende der Brücke. Der letzte Ruf vorbeginn in zehn Minuten. Senken Sie zum Überquälen die Brücke ab. Viel Glück! Klar, brauchen nur ein paar Minuten. Ihr habt ihn gehört. Gehen wir endlich über die Brücke! Oh, oh. Oh, oh. Ich hab ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Alter, ist das laut. Alter, ist das laut. Ah, die haut auch ganz schön rein. Hä? Hä? Wo denn? Ich seh Kakae! Oh Gott, geht es nicht. Hier geht's los. Gut macht, Roach. Tun wir mal nachladen, endlich einmal gescheit. Ab durch die Kotze! Ich will jetzt endlich zum Hubschrauber. Dann schmeißen wir mal Moni. Wo ist er denn da? Ist er? Roa, Bobbe! Jetzt haben wir mal kurz Ruhe. Boom! Da ist denn die Brücke! Wo ist er denn? Da. Oh! Oh mein Gott, ist das ja lange Blücke. Brücke. Ist das ne lange Brücke. Ich hätte gar nicht mehr auf. Bis es ausschaut, muss ich da nauf. Boah, überall Militär. Ja. Ja. Schon wieder Waffen? Nein, 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 nein Wir sind Pillen! Tank 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 Oh Gott, was war... Was war denn das jetzt? Alle auf einmal tot? Bevor wir über die Brücke zu den Affen rennen, die uns hier bombardiert haben, wie wär's denn mitten im Plan B? Ne? Okay, dann los. Das ist die gleiche Waffe. Was war denn das jetzt? Kann mir das mal einer sagen? Also, neuer Versuch. Oh, neuer Versuch. Oh, was? Äh, hallo? Versuch, das kommt von der Brücke. Brücke, identifizieren Sie sich. Nick, heiß ich. Wir sind vier am... Am Westendem drücken. Brücke, sind Sie immun? Sind nicht infiziert. Brücke, negativ. Sind Sie immun? Sind Sie infizierten begegnet? Könnte man sagen. Versuch, das sind Sie auf den Infizierten vorbereitet. Bestätigt, Abonnierter. Brücke, dieser Sektor ist vornfrei. Der einzige Abrufbuch befindet sich am Ostende der Brücke. Der letzte Rufzauber... Ihr habt ihn gehört. Gehen wir endlich über die Brücke. Also, warten wir mal. Also, jetzt muss ich mal beim Tank aufpassen. Immer diese Hydraulik. Den schafft ihr schon. Schieß doch nicht immer auf mich. Kann es sein, dass ich den Charger, den, den Tank nicht mal getroffen habe. Lade nach. Lade nach. Schöne dich. Lade. Hinten ist so ein Spitterfot. 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 Roach hat das gut gekillt. Gut gemacht, Roach. Lade nach. Also, merken. Beim Tank gehe ich mal ein Stück weg. Oder? Ja, ich habe eher Sniper. Jetzt müssen wir mal Ruhe schaffen. Lade nach. Wir sind Waffen. Gut, ich habe noch Monie. Ich auch, aber ich sehe keinen. Wir kommen vor. Ich lasse mich mal vollgeladen, wenn der Tank kommt. Ey, scheiße, jetzt war ich zu lahm. Äh, war ich zu schnell. Und da war ich zu tief. Nicht. Aber ich muss weg. Ich muss weg. Ja. Irgendwo gleich kommt der Tank Das sag ich doch Ja, wir haben dann geschafft Warum sind wir da gestorben? Hat der auf uns alle zusammen das Auto geschlossen oder was? Sag mal, wie lang ist denn die Brücke noch? Das gibt es doch nicht Wir hörten die Brücke endlich mal auf Hey Leute, das ist immer witzig Hört auf Schluss jetzt Hey, die Brücke hört ja gar nicht auf Er hat sich selbst gekillt Ich nehm Monotov Ja, ich nehm Monotov, ich bleib bei Monotov Ich bin keine Kahlkahl in der ÖP Aber den Monotov schmeiß ich jetzt mal in die Richtung Monotov nehme ich jetzt auch nochmal Genau, springt ins Feuer So hab ich's gern So hab ich's gern Das muss ich auf dem... Komische Geräusche Okay Na ja, versuch ich will da rauf Ich muss ja irgendwie da rüber kommen Ich muss ja irgendwie da rüber kommen Hallo Das spielt doch mal in Ruhe Ja Ja Jetzt geht's los So ne Rohrbombe wird's auch nicht schlecht Ich hab gedacht hier war das Militär schon Hier leben doch noch alle Da unten ist der Heli, wunderbar wie kommt man da runter? Rohrbombe Rohrbombe Dann wollen wir mal Ruhe Nein, 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 nein Danke Coach Schweres Maschinengewehr Oh Kill den, kill den, kill den, kill den, kill den Ich komm hier nicht mehr weg, ich komm hier nicht mehr weg Die Ja Ich versuch' es lord Bei Señinen Mein Mann Am Ai Ich glaube das ist nicht so gut Wir müssen in den Heli Schon wieder Tank Wow 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 Keine Muni mehr Ja ich komm nicht hin Oh Gott Geh den runter Wow ich renne jetzt runter Scheiß egal Ich brauch Ab zum Hubschrauber Komm ich hier rüber Jetzt schnell 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 Rein 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 sofort rein Gott sei Dank Woah